Die Indizes scheinen nach wie vor in bester Stimmung. Es geht nach oben und es scheint kein Ende in Sicht. Schöner kann man eigentlich eine impulsive, eine scharfe, eine deutliche, eine dynamische Bewegung nicht zusammenfassen. Wenn ich mir das angucke, das ist fast wie aus einem Guss. Es gibt zwar mal so zwischendurch Pausen hier aktuell und möglicherweise hier so in diesem Bereich. Das sind sowieso die wesentlichen Pausen. Trotz alledem, es ist ein großer Unterschied zwischen diesen Pausen von der Auswahl des Raums, also keine Kursüberschneidung hier und dementsprechend das Ganze mega bullish. Ihr erinnert euch, die dynamischen Bewegungen sehen entweder so aus oder eben fünffällig gerne mit Pausen zwischendrin. Das ist in Ordnung. Die sollten aber nicht überschneiden und ja, genauso sieht das aktuell aus. Aber wer das so halbwegs verortet, die Geschichte, dann haben wir den Eindruck, als ob wir jetzt im Moment gerade hier wären in etwa. Das heißt so eher am Ende dieser klassischen Bewegung. Das ist noch nicht sicher, dass das jetzt sofort nach unten wegkippt. Aber diese Bewegung naht wahrscheinlich dem hintersten Teil. Wie lang der noch geht, das ist dann natürlich eine extra Frage. Aber der Naht ist Naht der Teil, der sozusagen der letzte ist, die fünfte Welle, bevor dann die nächste etwas größere Pause kommt. So, das muss ich kurz erklären. Größere Pause ist ja jetzt noch kein Drama. Größere Pause heißt eigentlich nichts anderes als, naja, dann macht er halt hier mal ein Päuschen, dann geht er halt hier mal nicht so richtig weiter und kommt mal ein bisschen korrektiv zurück. Das allerdings wiederum bietet perfekte Einstiegschancen. Anschub nach oben, korrektiv nach unten in die mittlere Zone rein. Viele von euch kennen das. Ihr könnt das mit Fibonacci abschätzen. Tiefster Punkt, höchster Punkt, wo auch immer der dann sein wird. Ich tue mal so, als ob er ungefähr auf dem Niveau jetzt landen wird. Die Korrektur müsste dann idealerweise in diese Zone reinlaufen. Merkt euch das so 38, 50, 61, 8. Statistisch gesehen hat das die besten Voraussetzungen und würde anschließend beim Bruch dieser Marke für die Long-Seite sprechen. Ja, das heißt allerdings auch, wer jetzt noch Long geht, der muss damit rechnen, dass es bald dem Ende entgegen geht. Also mit engen Stops arbeiten. Das wäre etwas, was dann vielleicht im 5-Minuten-Chart vielleicht noch geht. Wenn man hier irgendwie Bewegungen hat, die scharf nach oben gehen, so halbwegs wie hier vorne, scharf hoch, korrektiv, runter, dann so eine gewisse Auswahl, dass der Kurs noch ein bisschen nach oben geht. Okay, aber ihr seht schon, das Ganze verliert ein wenig an Schwung. Man hat den Eindruck, das geht nicht mehr ewig so. Wer schon Long ist, der sollte sich ernsthaft Gedanken machen, den Stopp vielleicht hinterher zu ziehen. Das kann ein Parabolik sein, das kann ein Supertrend sein. Im Stunden-Chart vielleicht ein bisschen eng, wenn ihr also diese Gesamtbewegung im Blick habt. Vier Stunden-Chart scheint mir da die bessere, weiß ich gar nicht genau, Stopp-Variante zu sein. Ich mache mal hier alles weg an Zeichnung. Naja, aber irgendwo hier in diesem Bereich scheint mir das mit dem Nachziehen des Stops eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht ist vier Stunden eine ganz gute Lösung für die Geschichte. Also ihr seht, der Trend aktuell nach oben. Jetzt muss ich ganz kurz ein Wort verlieren, denn ich höre immer wieder völlig nachvollziehbarerweise, Mensch, Rüdiger, das glaubst du doch wohl nicht im Ernst. Ständig wechselst du oder die anderen Chart-Techniker die Richtung. Vor kurzem war es noch abwärts, jetzt ist es aufwärts. Naja, das ist schon richtig. Aber was soll man machen, wenn der Markt jetzt mit Dynamik nach oben geht? Dann ist es wohl kaum sinnvoll, jetzt im kleinen Bild auf die Short-Seite zu wechseln. Mit Ausnahme natürlich im ganz kleinen Bild, wenn der Kurs hier korrektiv nach unten kommt. Also aktuell haben sich die Marktteilnehmer für etwas ähnliches entschieden wie hier. Wenn der Kurs wackelig runter kommt, ist das eine Long-Geschichte. Das geht im Großen übrigens genauso. Zack, wackelig runter die Long-Geschichte. Das geht auch im Kleinen so, wie ihr das, naja, hier sieht man es jetzt nicht so deutlich, aber hier vorne zum Beispiel hatten wir das oder an anderen Stellen, wo man das im ganz Kleinen ebenfalls sieht. Also gilt das denn das bärische Bild? Nicht zwingend. Ja, es ist durchaus denkbar, dass der Kurs eben nur diese Bewegung macht, also A, B, C und anschließend sagt, so jetzt machen wir das, was wir hier vorne hatten, da hinten nochmal und dann landen wir halt dort, wo die Vermutung, also meine Vermutung den Kurs vielleicht tatsächlich noch hinbringen wird. Also das ist nicht gesagt, dass dieses Szenario rum ist, aber dafür braucht es immer korrektive Aufwärtsbewegung und nicht impulsiv. Im Moment ist impulsiv angesagt, das heißt vorläufig, auch wenn ich diese Zone noch nicht abschreibe, aber sie ist aktuell nicht wirklich relevant. Solange der Kurs korrektiv hier nach unten geht, ist es die bullische Seite. Natürlich, wenn der Kurs sehr steil jetzt hier runter kommt, dann natürlich nicht, dann wäre das nach wie vor eine bärische Geschichte. So was passiert, dass der Kurs mal steil in eine Richtung geht und steil dann in eine andere Richtung, aber sobald es dann korrektiv hier hoch gehen würde, ja dann halt doch direkt weiter nach unten. Dafür gibt es im Moment aber keine Anzeichen und deshalb ist im Moment das direkte Anspielen dieser Marke nicht so sehr sinnvoll. Wer also übergeordnet geschortet hat, vielleicht, hier hatten wir ja in etwa gesagt mit dieser Überschneidung, dass dieses hier relevant ist, der muss entweder die Position schließen oder aber er muss abwarten, dass dann diese Bewegung unterhalb dieser Marke bleibt und später dann erst runter geht, dann zieht sich es halt ein bisschen. Aber im großen Bild darf sich das ja auch ein bisschen ziehen, das dürfen wir immer nicht vergessen. So, also vorläufig ist es die bullische Seite, die hier Trumpf zu sein scheint und korrektive Rücksetzer würden uns Einstieg ermöglichen. Das ist nicht nur beim Dow Jones so, das ist ziemlich exakt auch beim S&P so. Der S&P hat ja sowieso übergeordnet noch das relativ gute Bild, was wir hier mal im Blick hatten. Erste, Zweite, Dritte, jetzt hier die vierte Bewegung, eigentlich ist schon schlecht gezeichnet hier mit eigentlich hätte ich so zeichnen müssen, aber korrektiv und jetzt eine Erwartungshaltung vielleicht sogar, dass wir hier nochmal irgendwie sowas nach oben kriegen. Ich halte das gar nicht für so abwegig, dass der S&P und vielleicht auch der Nasdaq entsprechend ähnlich sich nochmal entwickeln. Auch hier gilt allerdings erstmal diese Abwärtsseite, diese Korrektur abwarten für neue Einstiege oder wenn ihr drin seid, dann müsst ihr entweder den Stopp hier unten hinsetzen oder so zumindest mal, dass ihr irgendwelche Korrekturen hier überlebt. Ja, 78er Marke wäre ebenfalls so eine Möglichkeit oder aber so eng, dass sie diesen Rücksetzer nicht überlebt, sondern sagt, dann steige ich lieber neu ein, wenn er dann wieder nach oben geht. Beides generell in Ordnung, aber das müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr sagt, ich bin da ein bisschen faul, ich will da nicht jedes Mal darauf reagieren. Da muss der Stopp aber so sein, dass diese Korrektur überlebt wird und diese Korrektur geht ja klassischerweise, ich zeichne es nochmal ein, Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt und in diese Kiste rein. Falls der Kurs jetzt noch ein bisschen weiter klettert, auch kein Problem, dann müssen wir nur den Fibonacci eben auf den dann höchsten Punkt und natürlich das Quadrat oder die Zone hier dann entsprechend anpassen. Also erst müssen wir wissen, wo dieses Zwischenhoch ist. Das warten wir ab, wenn der Kurs ein bisschen wegkippt, dann sehen wir ja, wo das hoch dann ist. Könnt ihr mal bei Gold selber gucken vielleicht. Da könnt ihr diese Zeichnung schon mal vornehmen. Hier haben wir diesen Drehen noch nicht. Das heißt, da können wir jetzt im Moment von dieser Variante ausgehen oder eben je nachdem, wo das hoch entsprechend ist. Also auch hier die Erwartungshaltung. Früher oder später kommt er zum Ende. Achtet ein bisschen drauf. Hier haben wir jetzt einen Widerstand. Der Widerstand ist nicht zwingend, dass der Markt dann dreht. Aber wer als Marktteilnehmer eh schon das Gefühl hat, Gewinne mitnehmen zu müssen, wird wahrscheinlich das um die 4.420er Marke ungefähr auf dem Hoch vom Oktober machen. Das heißt, achtet ein bisschen drauf, wie die Marktteilnehmer hier reagieren. Ob sie hier tapfer durchmarschieren. Sehr bullisches Zeichen. Oder ob sie jetzt hier in Straucheln geraten und sagen, wir haben eine Chance auf Gewinnmitnahme. Das machen wir lieber. Korrektur wird uns später dann diese Chance ergeben. Also bleiben wir ganz kurz ein bisschen Intraday-mäßiger. Denn das große Bild ist ja jetzt denke ich mal relativ nachvollziehbar. Wie sieht das aus? Noch ist es Bullish. Man sieht jetzt noch nicht wirklich, dass der Markt direkt da unten reinlaufen will. Aber ihr müsst damit rechnen, dass diese Bewegung so halbwegs an ein Ende kommt. Ich gehe mal auf einen 5-Minuten-Chart für die Intraday-Freunde. Und ihr seht schon, dass sich die Marktteilnehmer aktuell ein bisschen schwer tun. Hier viele Überschneidungen hier auf dem Weg nach oben einigermaßen zügig runter. Für mich ist das im Intraday-Handel völlig abstrus, hier das Ding zu handeln. Da weiß ich gar nicht, was mit anfangen. Denn die Aufwärtsseite sieht korrektiv aus und die Abwärtsseite, also Intraday, ist das für mich nichts. Sieht es beim Nasdaq besser aus? Naja, im Intraday-Handel tatsächlich nicht. Also auch hier würde ich die Finger im Moment davon lassen. Allerdings, das hier finde ich nach wie vor ebenfalls gut korrektiv runter. Anstieg nach oben später. Achtet mal ein bisschen drauf, ob wir hier jetzt tatsächlich in den Dreh reinkommen. Also wer Intraday unterwegs sein will, kann ja hier gucken, ob wir mal einen Schub runter und wackelig hoch bekommen, damit wir dann hier vielleicht irgendwie sowas in der Richtung bekommen. Eine A runter, eine B hoch und nochmal eine C. Und dann hätten wir genau A, B, C, da wo er hin soll und anschließend die Aufwärtsseite. Und ihr seht, ihr habt hier eine Möglichkeit für einen kleinen Zwischenschort, ihr habt hier eine Möglichkeit für einen etwas größeren Zwischenschort und hier später die Möglichkeit für einen übergeordneten Long wieder. Also permanenter Richtungswechsel, die wir hier handeln können. Aber ungefähr so ein Verhaltensmuster wäre recht typisch. Also so Art Schub hoch, A, B, C runter und die Fortsetzung eben nach oben. Wenn es deutlich zu sehen ist, super, handeln. Wenn es nicht gut zu sehen ist, dann lieber in dem Moment nicht beziehungsweise auf einen anderen Kontrakt ausweichen. Das können zum Beispiel der DAX sein. Der ist nicht ganz so hoch gegangen wie die Amerikaner. Die Amerikaner waren ja alle mehr oder weniger wie eine Linie. Der hier ist so ein bisschen das. Dann hatten wir hier Pause, da ist hier jetzt im Moment Pause und hier jetzt die Aufwärtsbewegung, was aber ja ein klassischer dynamischer Anstieg ebenfalls ist. Also wenn ich mir das hier angucke, diese Bewegung, das ist ein typischer Impuls. Und theoretisch, den wollte ich eigentlich wegmachen, theoretisch wollte ich nach diesem Anstieg eigentlich gerne so einen Rücksetzer sehen. Praktisch, machen wir das dahin, wo er hingehört, müsste das also hier erfolgen. Vielleicht nicht ganz so groß wie es hier gezeichnet habe. Von der Größe, tiefster Punkt, höchster Punkt, Rücksetzer in die Kiste. Müsste korrektiv sein, wenn es korrektiv ist. Korrektiv ist A dreiwellig oder von mir aus auch mehrwellig mit Kurseüberschneidung. Dann wären das hier die Trigger für die Longseite und für nochmal die Aufwärts. Also DAX, DAO, S&P und Nasdaq aktuell auf dem gleichen Trip unterwegs. Alle warten eigentlich darauf, dass hier mal ein Rücksetzer kommt. Wann auch immer er kommt, es ist im Moment noch nicht zu sehen, dass er kommt. Rechnet aber damit, dass wir in den nächsten Tagen diesen Rücksetzer sehen. Seid dann weder enttäuscht noch traurig noch auf dem Konto extrem angegriffen. Zieht den Stopp ein bisschen hinterher. Oder aber setzt ihn so, dass ihr diesen Rücksetzer überlebt. 78er Marke. Beim DAX wären das ungefähr 14.768. Ja, das ist nicht sicher, dass das die beste Lage ist. Das wissen wir auch erst im Nachhinein. Aber entweder will ich diesen Rücksetzer überleben, dann muss ich den Stopp irgendwo da unten hin machen. Oder ich will ihn nicht überleben, weil ich sage, ich nehme doch jetzt hier möglichst die Gewinne mit. Dann brauche ich ihn aber enger, damit ich eben nicht jetzt hier auf halber Höhe ausgestoppt werde und dann dreht der Kurs wieder. Also ihr seht, es ist im Moment ein super bullisches Signal, dass der Markt mit einem Impuls nach oben geht. Das alleine reicht mir noch nicht, denn wir haben ähnliche Situationen ja hier auch schon mal gehabt. Nicht ganz so schön mit dem vorderen Teil, aber so ähnlich sah das hier auch aus. Aber wir haben eben nicht korrektiv runter und eben nicht ein Long Signal bekommen, sondern der Kurs ist steil runter. Rechnet bei allen Märkten, die wir jetzt angeguckt haben, damit dass das auch passieren kann. Aber solange es korrektiv runtergeht, hätten wir die besten Chancen. Intraday. Gehen wir kurz auf den DAX. Future im 5 Minuten Chart, um einfach mal das kurze Bild zu sehen ein bisschen. Dann hat man den Eindruck, das könnte durchaus eine spannende Geschichte werden. Noch würde ich das eher dreiwellig einschätzen. Aber nehmen wir mal an, der macht wirklich noch sowas und diese Korrektur bleibt schön überlappungsfrei mit dieser Korrektur. Dann haben wir hier einen 5 Weller. Und wenn wir diesen 5 Weller haben, A, B, C in die Richtung. Trigger hier für die Short Seite. Könnte für heute Abend noch sogar ein Trade ermöglichen. Also behaltet das im Hinterkopf für die Intraday Freunde unter euch. Das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Die andere Alternative, das bleibt beim 3 Weller und der Kurs geht jetzt hoch. Die Long Seite würde ich ungerne handeln, weil meine Vermutung ist, das ist die fünfte Welle. Erste Welle, zweite 1, 2, 3, 4, 5, dritte Welle, vierte Welle und die fünfte Welle. Dieses Bild halte ich auch für sinnvoll. Und wenn ihr euch jetzt wundert, super Rüdiger, jetzt hast du so eins gemalt und du hast so eins gemalt und nachher sagst du dann, ja, ich habe ja recht gehabt. Naja, ich habe mich ja nicht jetzt konkret für einen Trade entschieden. Insofern ist es völlig belanglos, ob ich recht habe oder nicht. Als Händler spielt das keine Rolle, sondern als Händler, wie kann ich den Trade dann nachher umsetzen. Aber die Lösung ist relativ einfach, wenn der Kurs hier noch mal ein bisschen hoch geht und so. Wir sind fünffällig runter und anschließend ist er wackelig. Das ist erst der Short. Nicht hier jetzt shorten, weil das eine Möglichkeit war, sondern erst, wenn er dieses Bild gemacht hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele sagen dann, wieso? Du hast doch abwärts und geh doch hier schon abwärts. Warte, ich das doch nicht ab, bin doch nicht bescheuert. Doch, doch. Also ich hoffe nicht, dass ihr bescheuert seid, aber doch, doch. Das abzuwarten ist wichtig, denn erst dann verifiziert sich diese Short Idee. Geht der Kurs jetzt nämlich nicht wackelig nach oben, sondern geht der Kurs jetzt steil hoch, dann ist es offensichtlich die andere Variante mit Korrektur dann später dann hier irgendwie oder welches Verhalten dann auch immer. Aber eben keine Short Variante. Aber wer ehrlich ist, da wäre man ja auch nicht Short gegangen, weil wo wäre jetzt der Trigger gewesen? Also ihr seht, obwohl ich keine Ahnung habe, welches dieser beiden Varianten jetzt kommen wird, leide ich nicht darunter, weil wenn die falsche Variante, also die andere Variante kommt, komme ich ja gar nicht rein in den Markt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb eben nicht direkt dann hier Short gehen oder Long gehen, weil irgendjemand hat ja gesagt, der Kurs geht jetzt hoch oder runter. An dieser Stelle ist es völlig fraglich. Kein Mensch weiß an der Stelle, was passiert. Passiert aber das und passiert das und passiert das, ist die Chance für diese Geschichte statistisch gesehen relativ hoch. Hier kann ich es nicht erkennen, da allerdings dann schon. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute für eure Handelsentscheidung. Achtet ein bisschen drauf. Den DAX finde ich sehr interessant aktuell hier im kurzfristigen Chart. Vielleicht ist das für euch etwas zur Beobachtung. Ich drücke euch in jedem Fall aber die Daumen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.